Hallo! Ganz, ganz, ganz viele von euch bitten mich immer wieder, noch mehr Rezeptvideos zu machen und so weiter. Und es freut mich sehr, dass euch meine Rezepte gut schmecken. Ich habe euch alles Mögliche schon gezeigt, von Mittagsideen zu Frühstücksideen zu Dessertideen. Und ich dachte, heute machen wir mal ein Snackvideo. Ich persönlich liebe es zu snacken und Vimmi auch. Und ich versuche immer natürlich so ein bisschen eher so gesündere Varianten von Sachen zu machen. Ich sage nicht, dass jedes Rezept hier total gesund ist, aber ich versuche eben nicht zu viel Zucker zu verwenden und eher zu ersetzen mit Sachen und so weiter und eher so, ja, einfach Sachen zu finden, die auch einen Nährwert haben sozusagen. In diesem Haushalt gibt es keine Verbote. Vimmi darf unter anderem auch Schokolade essen, alles in Maßen. Das nur so als Disclaimer, falls ihr vielleicht auch Rezepte für eure Kinder sucht. Und ansonsten dachte ich, ich zeige euch mal drei Sachen, die ich wahnsinnig gerne esse. Für alle Rezepte schreibe ich euch die ganzen Nährangaben immer in die Infobox. Das heißt, wenn ihr das Rezept gut findet, wenn das lecker aussieht für euch, dann könnt ihr da gerne mal vorbeigucken. Und ich zeige euch jetzt einfach, wie es geht. Ich warne euch schon mal vor, die meisten Rezepte sind super easy, weil ich einfach keine Zeit habe, aufwendige Sachen zu machen. Das aufwendigste sind, glaube ich, die Datteln, aber die sind es absolut wert. Und ich würde sagen, wir fangen gleich mal an mit Hafercookies. Vimmi liebt Kekse, absolut. Er liebt Kekse und es gibt bei uns definitiv im Haushalt auch mal die nicht so gesunden Kekse. Aber wenn ich irgendwie kann und Zeit habe, dann mache ich sehr, sehr gerne diese Hafercookies, weil die super easy sind, sehr, sehr lecker und super schnell gehen. Falls ihr vegan lebt, ganz kurz, die sind auch vegan, was ich sehr schön finde. Und los geht's mit veganer Butter. Ich nehme immer diese Eisenbutter, die finde ich sehr lecker. Dann brauchen wir Pflanzenmilch, einen kleinen Schluck. Wir brauchen Zucker. In dem Fall nehme ich Kokosblütenzucker, weil der einfach ein bisschen besser für den Insulinspiegel ist. Da hat man nicht so einen krassen Zuckercrash danach. Und ich habe eben auch nicht so diese Unzufriedenheit, die ich manchmal dann bekomme, wenn ich zu viel Zucker esse. Und Vimmi finde es auch gerne. Der hat so ein bisschen so ein karamelliges Aroma. Das finde ich sehr lecker. Dann mache ich immer aus Haferflocken und in meinem Fall jetzt glutenfreien Haferflocken von der Koro mit meinem Mixer einfach so Haferflocken Mehl. Einfach in den Mixer schmeißen, so lange sozusagen mixen, bis da so eine Mehlkonsistenz ist. Ist ein bisschen gröber als normales Mehl, aber sehr, sehr lecker und eben viel gesünder. Und so ein kleines bisschen Mandelmehl dazu, weil es so ein schönes Aroma gibt. Und was so ein bisschen was von Marzipan hat. Für den Fall, dass ihr dachtet, dass diese große Tüte hinter mir Kakaonips sind. Ich habe eine große Tüte Kakaonips von Koro, aber das sind Leinzau. Das ist mir eben erst aufgefallen. Aber Kakaonips braucht ihr auch. Ihr könnt auch normale Schokolade nehmen, so Zartbitterschokolade, die klein schneiden und so. So als Schokodrops da mit reintun. Und ihr könnt dann natürlich auch den Teig, so wie er ist, da ist kein rohes Ei drin, einfach mal probieren, ob er euch süß genug ist. Wenn er nicht süß genug ist, ich bin ja auch so die Queen des Anpassens, könnt ihr eine Madarne klein matschen da mit reinrühren. Oder ihr könnt einfach einen Schluck Ahrensirup mit reinmachen. Oder Dattelsirup selber machen und mit reinmachen. Das ist auch alles eine Option. Ich mache das Rezept sehr gerne so, auch weil dann auch für mich ein Keks übrig bleibt. Und jetzt wird es richtig kompliziert ganz kurz. Ihr müsst alle diese Zutaten nehmen und in der Schüssel verrühren. Das war's schon. Ich sage ja, ich liebe einfache Sachen. Wenn ihr merkt, dass euer Teig zu fest ist, dann könnt ihr gerne einfach immer noch so ein bisschen mehr von eurer Pflanzenmilch reingeben. Und einfach gucken, dass die Konsistenz mehr so teigig wird. Es darf aber auch nicht zu flüssig werden, sonst wird es schwierig mit den Cookies. Sonst verlaufen die euch so. Und, was ich vorhin vergessen habe zu sagen, ihr könnt natürlich auch sowas wie Vanilleextrapt oder sowas reinmachen. Das ist auch immer sehr lecker. Und noch irgendwas. Nüsse könnt ihr auch mit reinmachen, wenn ihr mögt. Irgendwie Macadamia. Ich weiß aber, dass Wimmy sowas nicht so gerne isst. Deswegen, ja, würde ich an der Stelle, glaube ich, jetzt erstmal so bei dem Grundteig bleiben. Aber ich glaube, experimentieren machen wir später. Musik Was ich an dem Rezept auch richtig, richtig cool finde, ist, dass wenn ihr zu viel Teig habt, das heißt, ihr habt ein Blech gemacht und sagt, das reicht eigentlich auch für uns, könnt ihr die Kügelchen auch einfach formen und dann einfrieren. Und immer, wenn ihr Bock auf einen Keks habt, holt ihr euch ein Kügelchen raus, macht das platt im Ofen und dann habt ihr einen Cookie. Das finde ich sehr geil. Gerade so griffbereit frische Kekse ist halt einfach der Knaller. Musik Und ich drücke das dann so ein bisschen platt, dass es auch so eine Cookie-Form bekommt. Und dann wird das bei 180 Grad für, ich würde sagen, 20 Minuten gebacken. Haltet euch nicht zu fest dran, jeder Ofen ist anders. Und ich bin halt irgendwie auch gerne jemand, der einfach darauf achtet, ob es gut riecht und gut aussieht. Wenn das der Fall ist, sind sie fertig und ihr könnt sie rausholen. Musik So sehen sie aus. Und jetzt könnt ihr sie einfach vom Blech lösen. Das sollte ganz easy-peasy gehen und auf einen Teller tun und abkühlen lassen. Und sobald sie ausgekühlt sind, sind sie auch ein bisschen fester, können euch niemals auseinanderfallen und sind mega, mega lecker. Musik So, ich muss jetzt eben schon mal abbeißen. Entschuldigung. Wenn die so ein kleines bisschen abgekühlt sind, auf jeden Fall, wenn ihr könnt, noch warm essen. Die sind innen dann auch so ein bisschen weicher, aber nicht roh. Und einfach das, allein wie die duften, das ist, mmh. Mmh. Unbedingt ausprobieren bitte, Freunde. Ist so lecker. Musik Tag 2. Ich mache heute Energy Balls. Da hatte ich euch ja schon mal ein Rezept gezeigt in einem der letzten Videos. Und das mögen sehr, sehr viele von euch. Und Wimmy und ich lieben es auch. Das heißt, die gibt es regelmäßig bei uns in der einen oder anderen Variation. Ich hatte euch das letzte Mal Schoko Energy Balls gezeigt, aber ich habe euch nicht mein Grundrezept gezeigt. Und wenn man das hat, dann kann man eben variieren, wie man mag. Es gibt da draußen ganz viele verschiedene Arten von Grundrezepten für Energy Balls. Da müsst ihr mal gucken, worauf ihr so Bock habt. In meinem habe ich einfach nur Mandeln, Mandelmus und Datteln. Dann variiere ich eben mit Zutaten, wie ich lustig bin. Es gibt auch andere Grundrezepte, wo Haferflocken mit drin sind. Da könnt ihr einfach mal gucken, worauf ihr mehr Bock habt. Ich liebe unseres und variiere das dann eben nach Lust und Laune. Ihr könnt da Erdnussbutter reinmachen und ein bisschen Salz obendrauf streuen. Ihr könnt einfach so ein bisschen Zimt mit reinmachen und Apfelmus. Achtung, dann sind sie nicht ganz lange haltbar. So in dem Grundrezept mit anderen Zutaten halten die wunderbar zwei Wochen. Genauso gilt es auch mit Banane. Könnt ihr auch mit reinmachen, wenn ihr es noch ein bisschen süßer mögt. Und auch das in Kombination mit Erdnussbutter. Oh mein Gott, sehr, sehr lecker. Ich liebe aktuell Zimt. Also das heißt, in der Zimtvariante, gerade wenn es jetzt draußen kühler wird, liebe ich das sehr. Und macht das auch sehr gerne für uns. Deswegen mache ich in meinem Grundrezept Mandeln, Datteln, Mandelmus. Einfach gerne noch so ein bisschen Cashewmus, um es noch ein bisschen cremiger zu machen. Und Zimt, logisch. Und das ist sehr lecker und geht super schnell. Alles, was ihr braucht, sind die Zutaten und eine Art von Mixer. Ich weiß, dass ein paar von euch das auch mit einem Stabmixer gemacht haben. Dann würde ich allerdings überlegen, nicht ganze Mandeln zu nehmen, sondern einfach so ein, so ein, schon, wie heißt das, blanchierte Mandeln. Ne, diese, wer ist denn das? Hirn? Bist du da? Diese, ich will mal sagen, pürierte Mandeln. Das ist totaler Quatsch. Gemahlene Mandeln. In dem Fall könnt ihr auch gemahlene Mandeln nehmen. Denn es ist ein bisschen einfacher. Wenn ihr das nicht braucht, weil ihr einen guten Mixer habt, dann schmeißt ihr das einfach alles zusammen, habt eine Masse und macht daraus Bällchen. Und das war's schon. Wimmi hilft mir wahnsinnig gern dabei. Wir machen für ihn immer so ein bisschen kleinere Bällchen, dass es besser bei ihm im Mund passt und bei mir ein bisschen größere Bällchen. Ihr könnt die auch füllen noch, wenn ihr Bock habt, irgendwie noch Nussmus da reinzumachen oder eine extra Nuss da mit reinzumachen oder ein bisschen Agavendicksaft oder Honig da in die Mitte zu machen, weil ihr noch so ein bisschen was Weiches haben wollt. Auch das ist sehr, sehr lecker. Das finde ich irgendwie auch immer ganz schön, dass man nicht so fest an ein Rezept gebunden ist, sondern einfach gucken kann, worauf habe ich denn Bock? Welche Süßigkeiten mochte ich früher zum Beispiel auch gerne? Und wenn man so Bounty Bock hat, dann kann man einfach Kokosraspeln mit in die Mixtur tun und einfach so ein bisschen Kakao mit drüber. Das ist, glaube ich, auch sehr lecker. Also guckt einfach mal, worauf ihr Lust habt und probiert es aus. Ich zeige euch heute nochmal die Zimt-Variante mit dem Grundrezept. Alle Rezepte übrigens sind in der Infobox, genauso wie auch der Code für Koro. Denn meine Nuss-Nusse, meine Nüsse und Nuss-Mousse-Ease habe ich alle von der Koro und bestellt auch immer, weil ich einen riesen krassen Verbrauch habe oder wir in dem Fall. Und genau, da gibt es ein bisschen Rabatt, wenn ihr Lust habt und das mal ausprobieren wollt. Ich zeige euch jetzt erstmal das Grundrezept. So, es ist tatsächlich so einfach, wie es klingt. Einfach alles in dem Mixer fertig. Wie gesagt, wir fangen an mit 250 Gramm Datteln. So, perfekt, Punktlandung. Dann braucht ihr 70 Gramm Mandeln oder ihr könnt auch Cashews nehmen. Cashews sind immer so ein bisschen cremiger, habe ich das Gefühl. Also wenn ihr es lieber so ein bisschen weicher mögt, ist das die bessere Variante. Ich mag gerne mit Mandeln, weil ich auch diesen, ich bilde mir vielleicht auch einen, aber so einen leichten Marzipangeschmack sehr lecker finde. Für meinen Nussmus nehme ich heute Cashewmus, weil ich so Bock auf diese Mischung Cashew und Zimt habe. Das ist einfach mega. Davon brauchen wir 80 Gramm. Oh mein Gott. Yes. Für meine Würzung heute mache ich da eine ganze Menge Zimt rein, einfach weil ich das sehr, sehr lecker finde und Bimmi tatsächlich auch sehr liebt. Und weil ich das auch sehr schön finde, so ein bisschen Vanillepaste, Vanilleextrakt, was immer ihr mögt. Ihr könnt auch eine Vanilleschote da reinschneiden. Auf jeden Fall ist die Mischung Cashew, Vanille, Zimt, großes Kino. So, auch da bin ich wieder kein Rezeptmädchen. Ich ballere da rein, was gut aussieht und dann probiere ich. Und wenn es gut ist, dann ist es gut. Und wenn nicht, kommt eben nochmal eine Runde Zimt rein. Da würde ich auch tatsächlich einfach mal an der Stelle gucken, wie mögt ihr die Konsistenz. Wenn ihr es cremiger wollt, macht ein bisschen mehr Nussmus mit rein. Wenn ihr es noch süßer wollt, macht mehr Datteln mit rein. Dann nehmt noch andere Datteln. Ich nehme jetzt hier so ganz schlichte Datteln sozusagen von der Koro. Es gibt aber auch diese Medjool-Datteln, mit denen machen wir gleich auch noch was. Die sind auch ein bisschen saftiger, wenn ihr es noch süßer wollt. Und auch bei den Nüssen könnt ihr einfach variieren, was ihr wollt, worauf ihr Bock habt. Ihr könnt auch Walnüsse nehmen für eure Nüsse, falls ihr es ein bisschen bitterer mögt. Also da sind einfach der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Und jetzt kommt noch meine Vanillepaste da rein. Und denn, Freunde, wird hier mixt. So. So, das ist jetzt ein schönes Beispiel. Das ist für einige schon die perfekte Konsistenz, weil sie es eben ein bisschen fester mögen und ein bisschen mehr kauen wollen. Ich würde jetzt in der Kombination mit Zimt und Vanille das gerne ein bisschen weicher haben wollen. Das heißt, ich mache jetzt hier nochmal einen Teelöffel Cashewmus rein und vielleicht auch noch ein bisschen mehr Zimt. Und dann wird es nochmal gemixt. Und das war's schon. Jetzt kann man daraus einfach kleine Kügelchen formen und die im Kühlschrank lagern und so wegnaschen, wie man lustig ist. Ich snacke die sehr gerne oder wenn ich Lust auf etwas Süßes habe, snacke ich die gerne. Oder wenn ich irgendwie zwischendurch Knast kriege, aber noch keine Zeit habe, irgendwas zu essen zu kochen. Esse ich davon auch immer sehr, sehr gerne eine. Und Vimmi liebt die auch total. Das ist auch einfach ein sehr, sehr guter Kindersnack. Wie gesagt, ihr könnt die auch noch füllen. Ansonsten, ja, halten die sich ungefähr, würde ich sagen, in der Konsistenz, ohne dass ihr jetzt da Früchte mit reinrührt. Locker zwei Wochen im Kühlschrank, wenn nicht länger. Allerdings sind die bei uns immer sehr viel schneller leer. Tag drei und auch Snack drei. So war es ursprünglich nicht geplant, aber vielleicht hörst du das Video jetzt drei Tage drei Snacks. Keine Ahnung. Wir machen jetzt gefüllte Datteln. Freunde, ich weiß, es klingt erstmal nicht so geil, aber das ist so lecker, dass ich echt geflasht war, weil ich irgendwie dachte, scheiße, ich habe nur so viele Datteln, was mache ich damit? Und habe da einfach Nussmus reingemacht und die mit Schokolade überzogen. Und das ist einfach der Oberhammer. Auch da könnt ihr wieder variieren, wie ihr mögt. Das Wichtigste finde ich, dass ihr ordentliche Datteln besorgt. Also richtig schöne, große, leckere Datteln. Ich habe jetzt hier bei der Koro diese Mejol-Datteln bestellt. Die sind so riesengroß, die muss ich noch ansteinen, aber die sind so richtig schön saftig und eignen sich perfekt dafür. Und dann könnt ihr überlegen, mit welchem Nussmus ihr das Ganze füllen wollt. Das letzte Mal habe ich das mit einem Erdnussmus gefüllt. Da habe ich gleich Spuck gebunden, habt ihr gesehen? Mit einem Erdnussmus gefüllt und Schokolade drum. Dieses Mal probiere ich es mit Haselnussmus, was so ein bisschen was von einer Art Nutella hat, sehr lecker. Und Pistazienmus. Weil ich mich das erste Mal jetzt überwunden habe, Bistazienmus zu bestellen, weil es einfach schon ein bisschen preisintensiver ist, aber geschmacklich. Ich könnte das löffeln. Ich könnte das einfach löffeln. Die beiden Varianten habe ich bis jetzt noch nicht ausprobiert, das heißt, ihr seid live dabei. Und wir werden jetzt allererst mal die Datteln entstehen. Und dann sehen wir weiter. Und dann sehen wir weiter. Die Datteln sind entstehend. Jetzt nehme ich mir einen Löffel und fülle mir in die jeweiligen Datteln das Nussmus rein. Wie gesagt, ich variiere zwischen Haselnussmus und Pistazienmus. Das dauert einen kleinen Moment, aber das ist es absolut wert. Wenn ihr das habt, ist im Grunde das Größte schon geschafft. Jetzt müsst ihr noch Schokolade schmelzen. Ich würde definitiv empfehlen, Zartbitterschokolade zu nehmen. Gerade bei den großen Datteln, weil die eben einfach richtig süß und saftig sind. Da braucht ihr nicht noch extra Zucker. Und dann müsst ihr die Datteln im Grunde nur noch damit ein bisschen übergießen. Trocknen lassen und Tata. Auch die Datteln packe ich danach in eine Glasbox und lagere die im Kühlschrank. Die halten auch eine ganze Weile. Ich glaube, das längste waren mal zwei Wochen und die waren immer noch sehr lecker. Aber eigentlich halten sie nicht so lange. Auch da wieder ein super Snack, weil man Bock auf was richtig Süßes hat. Aber eben nicht zu herkömmlicher Schokolade greifen will und zu Zucker und so weiter. Wenn ihr da einfach so ein bisschen gucken wollt, dass ihr, ich sag jetzt mal, gesündere Alternativen sucht und findet, ist das, glaube ich, ganz nett und vor allem sehr lecker. Sehr, sehr, sehr lecker. Ich hoffe sehr, dass das Ganze euch gefallen hat. Schreibt mir gerne, wenn ihr es ausprobiert. Hat mich sehr gefreut, dass so viele beim letzten Video so viele Sachen ausprobiert haben und so gerne mochten wie ich. Schreibt mir auch, wenn ihr sie scheiße findet. Da können wir überlegen, woran das liegen könnte und vielleicht nochmal Alternativen finden. Auf jeden Fall habt ihr jetzt erstmal so eine kleine Variation an Snacks. Wenn ihr mögt, packe ich euch die letzten Rezeptvideos mal hier hin. Ansonsten passt gut auf euch auf, ihr Lieben. Und wir sehen uns im nächsten Video, wenn ihr mögt. Bis dann. Tschüss. Musik Untertitelung. BR 2018